Hallo zusammen, willkommen zu unserem Backpedal. Ich bin Gabriel Dedono und ich bin Leo Guglian. Wir haben heute die grosse Ehre, welche Power Waffeln zu machen. Wir befinden uns auch hier im Eleven in der Küche. Und am Schluss schauen wir nach, wer die bessere Waffeln hat. Und wir freuen uns. Let's go, fangen wir an. Also, ich habe einen Teig. Ja. Also, ich. Wo nimmst du? Ich nehme einen Teig. Drei Proteine. Bei mir sieht alles so unsauber aus. Nein, schau, bei mir. Also. Ich brauche einen Arogramm. Hast du die Engel auch schon rein? Nein. Wirst du noch etwas rühren? Du musst mich nicht nachmachen. Du kannst machen, was du willst. Das schmeckt fein. Was? Gib mir mal das Ding. Ah. Ja, du auch österreichisch. Ah, aber eigentlich hat der Trick gehabt. Doch, du musst, du musst. Nein. Glaub mir, glaub mir. Nein. Oh nein. Oh nein. Du musst auch noch etwas mehr Milch in. Proteine, Proteine. Ich brauche auch mehr Milch. Milch. Schau. Wie sieht das für dich aus? Schau für dich, schau für dich, schau für mich. Du brauchst noch etwas mehr Milch. Schon? Ja. Okay. So. Das geht schon in die Arme, das rühren die ganze Zeit. Ja. Das geht, oder? Ich würde sagen, rühren und die Küche noch putzen, oder? Ja, machen wir. Oder? Das ist gut, ja. Schau, das sieht schon gut aus, oder? Schau, das sieht schon gut aus, oder? Ach so. Komm. Und jetzt halt nicht. Oh, nein. Das kommt nicht mal gut. Schau, wie das schon aussieht. Jetzt kommt eine Heuralarme hier. Ja, du. Ja, aber wir müssen wirklich aufpassen. Ja, nimm doch das Handy vor, wegen dem Tyler. Oh nein. Wir müssen einfach auf dem Kopf. Ja, das ist gut. Mach mal. Ja, wir müssen es machen. Ja, ja, es lebt, es lebt, es lebt, es lebt. Wir müssen es nehmen. Ah, mein es geht auch, wenn ich so. Das hast du gemacht. Das ist gut. Ja, wir müssen mit den Hängen. Ja, das ist sauber, das ist sauber, das ist sauber. Das ist gut. Deine ist verbrannt, ich habe es genüßt. Nein, nein, nein. Ich habe es genüßt. Ja, das ist ein bisschen drüber. Das ist richtig, meine sieht aus wie bei Wonder Waffeln im Fond. Ah. Ja, das ist gut. Ja, ich. Schau mal ein Mies. Ich als Küchechef kann ja jetzt die ganze Sache von euch bewerten. Das ist gut. Ich kann es degustieren. Das ist gut, ja. Ja, dann bediene ich mich auch. Das ist super. Du musst es echt geniessen. Das ist super. Vom Look her, für einen Kindergeburtstag wird es länger. Was meinst du? Das ist fantastisch. Das ist mein Sitz. Ich würde sagen, dass du hier bist. Wichtig. Merci vielmals. Sorry. Das nächste Mal. Komm den Kopf hoch.